Ja hallo und herzlich willkommen zu NXT TakeOver Unstoppable Classic Review vom 20.05.2015 erneut aus Winterpark, Florida aus dem Full Sail University auf dem WWE Network ausgestrahlt mit Nicole Tone Byron Saxon, Corey Grace und Rich Brennan mit einem sehr sehr geilen Theme finde ich mit Unstoppable von Motionless in White und an anderer Seite natürlich wie immer der Mischer. Guten Tag. Man kann ja so viel sagen, eines der letzten Events aus dem Full Sail University, also TakeOver mäßig, bevor es dann schon mit der nächsten Show anfängt, wo es dann mehr in die größeren Arenen geht. Genau. Also es gab ja noch ein paar Takeovers, die noch in der Full Sail University stattgefunden wie zum Beispiel Respect und The End of the Beginning, aber größtenteils war es so eines der letzten Shows, bevor es dann in die größeren Arenen geht mit Barclays Center oder in London die Arenen, Allstate Arena und so weiter. Angefangen hat es wie bei der letzten Show mit Mr. NXT Opener Tyler Breeze. Und es sollte hier ja eigentlich ein Freeway geben um den Number One Contendership auf den NXT Title mit Tyler Breeze von Bella und Iteo Itami. Aber Itami hat sich verletzt und deshalb hat man da so einen kleinen Skit gefilmt, dass er Backstage halt gekillt wurde im Parking Lot und man weiß ja bis heute nicht, wer es war. Kevin Olsen ist ja in dem Video vorbeigelaufen und hat gesagt, oh, Pech aber auch. Und deshalb wurde halt stark angeteast, dass er es war, aber es hat halt nie zu was geführt, weil als Itami zurückkam, war halt auch uns schon der Main-Roster und deshalb wissen wir bis heute nicht, wer Kevin Owens, äh, wer Iteo Itami adagiert hat oder wer Kevin Owens den Kuchen ins Gesicht geworfen hat. Wissen wir auch noch nicht. Und genau. Und deshalb mysteriös. Auf jeden Fall, Tyler Breeze gegen Finn Balor war dann das Singles-Match. Ja, man nehme hier die Review, die ich bei der letzten Show zu Tyler Breeze gegen Iteo Itami genommen habe, also es war ein Tyler Breeze-Match, er ist halt nicht der beste Worker aller Zeiten und es war gut, das war jetzt aber nicht besonders geil, es war ganz standardmäßig gehalten. Tyler Breeze hat den Heat gekriegt und Finn Balor hat dann halt sein Comeback gefeiert, es gab einen Double-Foot-Stomp auf Breeze, seinen Rücken nach draußen und es gab einen ziemlich guten Niervoll nach einem Superkick von Tyler Breeze gegen Finn Balor und ansonsten war es okay, war da. Finn Balor hat das Match natürlich gewonnen und war in Ordnung. Ja, was man natürlich auch sagen kann ist, dass Finn Balor wieder mit Demon aufgetaucht ist, zum dritten Mal in Folge und ja, Itami hast du ja schon gesagt, verletzt. Was ich auch erwähnen kann, ist sagen, mit dieser Verletzung war er mehr oder weniger auch sein Ende der NXT-Karriere, weil danach war er nicht mehr so over wie vorher und auch nicht mehr so präsent in der Show. Er hat zwar hin und wieder mal größere Matches gehabt, er hat ja ein, ich glaube ein NXT-Teile-Match gegen Bobby Roode gehabt oder gegen Alistair Black die Matches gehabt, aber er war jetzt nicht mehr das, was er vorm Zeitpunkt war und wir haben es ja schon mal in der NXT-Ausgabe oder in den Takeover Special angesprochen, dass es mehr oder weniger ein Flop mit ihm war, kann man sagen. Natürlich bitter mit der Verletzung, die gelaufen ist. Ja, Match war eigentlich ziemlich, war ein guter Opener, hat Spaß gemacht, ähm, Finn Balor gewinnt hier das Match und wird ja dann bald im nächsten Event bei NXT-Takeover Brooklyn sein großes Match haben. Da verteidigt er ja den Titel, holen tut er sich ja den bei Beast in the East. Ach, ja stimmt, stimmt, Beast in the East. Ich wollte schon sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass er da den Titel hat, der hat den bei Beast in the East gewonnen, genau. Ja, der hat ihn ja in dem Leather-Match dann verteidigt. Dannenbrook und Emma gegen Charles und Bayley war das nächste Match. Match war da, ja, Match war ziemlich, ähm, holprig in einigen Spots, paar Abfucks waren mit drin, zum Ende hin war es dann in Ordnung, es war halt ein 5-Minuten-Match, aber die Hälfte hat halt ziemlich gesuckt, wenn man ehrlich ist und, äh, das war okay. Die Babyfaces haben am Ende gewonnen und, äh, war auf jeden Fall kein Vorzeigematch der NXT-Dame. Ne, es war kein Vorzeigematch, das Match war da, aber okay. Und, ja, es gibt ja noch ein besseres Women's-Match an diesem Abend. Baron Corbin gegen Rhyno. Rhyno hat tatsächlich einen NXT-Run gehabt, manche wissen es wahrscheinlich gar nicht mehr, genauso wie Alex Riley, aber das ist tatsächlich passiert. Ja, das Match war das, was man sich auf dem Papier, was man auf dem Papier liest, es war da, es war jetzt nicht kacke, es war okay. Und Baron Corbin hat das Match halt gewonnen, so, äh, was man sich halt erwartet, ja. Das ist das Interessante halt, an der NXT-Show gerade wieder war halt, dass jedes Match anders war, sag ich mal, dass sich die ganzen Matches nicht ähnlich waren. Ähm, heißt so, als mit Rhyno gegen Baron Corbin so ein Big-Guy-Match und das war ganz cool, ja, um halt der allgemeinen, äh, Show-Tiefe zu helfen, aber an sich war das jetzt natürlich kein Killer-Match, was die Show jetzt irgendwie fünf Punkte aufgewertet hat oder so, sondern das war da, das hat nicht wehgetan, das war okay. Ja, kann man so viel sagen. Interessant natürlich auch, dass die im Laufe des Jahres auch noch ein Tag-Team waren. Das stimmt, ja. Ähm, kann man auch so viel sagen und, ja, Match war da, letztendlich dafür da, um Baron Corbin weiter aufzubauen, wie gesagt, die behält ja sehr, sehr viel von Baron Corbin, das merkt man ja auch in den nächsten Jahren, äh, und, ja, Baron Corbin gewinnt hier. Dann gab's um die Titles, ähm, Blake Murphy gegen Enzo und Cass. Das war tatsächlich das Match, wo Alexa Bliss dann debütiert ist und Blake Murphy zum Sieg verholfen hat, ja, Enzo und Cass hatten ja Carmella an ihrer Seite, so hat man dann ja eine Six-Man-Feder aufgebaut und das Match war okay, war besser wie die zwei vorherigen, definitiv, war spaßig, Enzo und Cass waren halt den NXT Sau-Over. Enzo war tatsächlich sehr solide in dem Match, also ich war verwundert, wie der Kerl hier in dem Match, der on fire war, so ein shitty Match mit Cesaro haben konnte, aber es war in Ordnung. Es war halt ein klassisches Enzo-und-Cass-Match, die, die Heels haben Enzo isoliert, bis halt Cass ein Comeback gefeiert hat und, wie gesagt, am Ende kam dann halt Alexa rein und hat, äh, Carmella gekillt und das hat die Babyfaces abgelenkt, sodass dann die Heels den, äh, Sieg holen konnten. Genau, Alexa Bliss, die ja vorher so mehr oder weniger eine Babyface war, die eigentlich nur rumgelaufen ist, ah, da geht mein Ding an, wenn ich den Namen erwähne, ich sag lieber Bliss, ähm, ja, Bliss kam ja, hat er debütiert und hat eigentlich jetzt nicht wirklich so, ich sag jetzt mal eine Relevanz gehabt, die war halt da und mit der Sache, ja, hat sie ihren Turn gemacht, ist jetzt Heel, mehr oder weniger bis heute, obwohl man weiß es gar nicht, ob die überhaupt aktuell Heel oder Face ist, das ist immer wieder verschieden, aber gut und, ja, das war, glaub ich, das interessantste Match, das Match war okay, ähm, Enzo war nicht so scheiße, wie wir es in der nächsten Zeit noch sehen werden oder gesehen haben und, ja, Blake und Murphy haben hier verteidigt. Ja, dann kam nächstes für mich persönlich im letzten, beim letzten Take aber war es ja Neville gegen Bella, wo ich sage, okay, das Match hat mich zum NXT-Fan gemacht und das nächste Match hat mich dann zum absoluten Becky Lynch-Fan werden lassen, ja, Becky Lynch gegen Sasha Banks und ab dem Match habe ich gesagt, Becky Lynch ist fucking awesome und die sollte alle Titel holen, weil das Match, das ist wahrscheinlich auch bis heute noch neben den Banks-gegen-Bailey-Matches so mein Lieblings-NXT-Women's-Match aller Zeiten, es war absolut göttlich, weil es halt auch von, in der Art so das erste Match war, sage ich mal, bei NXT in der Variante oder allgemein von, von, von Frauen bei der WWE, weil es war halt ein komplettes Chris-Ben-Warker-Angle-Style-Match, Hard-Hitting und vor allen Dingen Submission betont, weil halt Becky Lynch dauerhaft den Arm für ihren Disarm erarbeitet hat und Sasha Banks ist halt auf ihr Banks-Statement immer wieder gegangen und das war einfach fucking awesome, das Match. Das muss sich jeder ansehen. Ja, das ist halt, mag halt nicht jeder, weil es halt technisches Submission-Wrestling ist weitestgehend, aber es war halt einfach sowas Untypisches damals für Frauen-Wrestling, aber einfach so passend, weil die zwei dann halt auch einfach wie Killerinnen gewirkt haben, wie halt ein Benoit oder wie halt ein Engel und nicht halt wie irgendwelche Frauen im Main-Roster, die 5-Minuten-Matches haben und sich dann halt, keine Ahnung, wer die dicksten Titten hat, hat halt den Women's-Title, ja, und das war halt was komplett anderes und es war geil und jeder sollte sich das ansehen. Ja, jeder sollte sich dieses Match auf jeden Fall ansehen. War auch zu dem Zeitpunkt mein, ähm, für mich das beste Women's-Match, was ich je gesehen habe, weil das war richtig geil. Ja, bei mir auch. Bis dann, äh, das nächste Event kam, muss man so viel sagen. Ja, genau. Also ich hab gedacht, das wird nicht mehr getoppt und dann kam Banks gegen Bayley und da dachten wir nur so, oh Gott. Das ist eigentlich die Story von NXT Takeover, das kann doch eigentlich nicht mehr getoppt werden. Nächste Show ist vorbei, oh, doch, geht doch. Ja, ich sag nur auch aktuell, das ist eigentlich auch teilweise der Fall mit NXT, wo Sachen gemacht werden, wo man sagt, das kann nicht getoppt werden, da wird er teilweise noch getoppt, also wir haben auch damals nicht gedacht, dass NXT so stark wird, wie es jetzt momentan ist, oder dass wir überhaupt mal wirklich sagen können, okay, es gibt mehrere 5-Star-Matches im Jahr bei NXT, äh, solche Sachen, aber das Match, muss man sagen, war richtig geil. Ja, auch hier Becky Lynch, muss man sagen, die wirklich auch hier mit einem neuen Outfit reinkam, ne, also orange Haare und alles, ähm, und so weiter. Ähm, nicht wirklich over war bei der Crowd, ne, die, die war halt da, man kennt sie halt, äh, Sascha Banks, die halt sowieso over war, ähm, und wie gesagt, war ein richtig geiles Match, da wurde ich auch so mehr oder weniger auch zum Becky Lynch-Fan, das war jetzt nicht meine Lieblingskasse, weil ich mal, ich war so ein großer Sascha Banks-Fan und auch Bailey war so ganz oben bei mir, aber auch Becky Lynch so dahinter, so Platz 3-mäßig und, ähm, ja, das war so ihr, ich würde schon sagen, das war ihr Breakout-Match, finde ich, so ihr, so ihr Match, was ich sagen würde, dass ihrer Karriere wichtig war, dass sie nach vorne kommt, finde ich, weil da hat sie wirklich Aufmerksamkeit gekriegt, ähm, da hat sie jeder auf dem Schirm gehabt, fand ich, äh, ne, Sascha Banks hat man sowieso auf dem Schirm gehabt, weil sie sich auch immer wieder entwickelt hat, gerade bei Revolutioners Match, dann bei Rival, dann hat sie ihren Titel win gekriegt und hier hat sie sich wirklich gearbeitet, ich erinnere mich noch, dass es noch eine Szene gab beim Match, wo Sascha Banks da mit dem Arm bearbeitet hat und ich hab da mich, da war ich noch, da hab ich weggeguckt, weil mittlerweile sieht man die Szene häufiger, wo der Arm so gedreht wurde und dann Sascha Banks ritt so drauf und ich dachte nur so, eieieiei, den, den Shayna Baszler Spot. Ja, den Shayna Baszler Spot. Ich denke mal, du weißt, welchen Spot ich meine. Jaja. Und, äh. Den, den wir am Samstag wiedersehen werden. Den wir wiedersehen werden. Der liegt mittlerweile nicht mehr so besonders, aber damals, als ich ihn gesehen habe, dachte ich so, oh je. Und das war sehr intensives, submission-lastiges Match, aber es war richtig geil, hat mir richtig viel Spaß gemacht, äh, Hut ab vor beiden und wie gesagt, für mich, Becky Lynch-mäßig, ihr wichtigst, so eins der wichtigsten Matches ihrer Karriere, wo sie wirklich ab da an, ja, so langsam, klar, natürlich hat sie Up-and-Downs gehabt, aber so, das war so ihr Start wirklich nach oben, wo wir ja alle auf den Schirm waren, weil ich sag mal, wenn das Match nicht so stark gewesen wäre, ich wüsste jetzt nicht, wo Becky Lynch heute landen würde. Ja. So, sodass sie letztendlich The Man wird, sag ich jetzt mal. Dann kam das Rückmatch vom hotten Match des letzten Takeovers. Kevin Owens gegen Sami Zayn um den NXT-Title. Kevin Owens, der Champion gegen Sami Zayn, der sich die Schulter verletzt hat bei seinem Ring-Entrance bei Raw, weshalb das Match dementsprechend gebuckt wurde. Kommt aus heutiger Sicht immer relativ schlecht weg, das Match, finde ich, genauso wie das erste. Ich fand's ziemlich gut, wenn man alles bedenkt, war das vom Booking her schon das Beste, was du machen konntest. Erstmal Kevin Owens, der mit dem John Cena-T-Shirt rauskommt, war erstmal awesome. Und dann hatten sie dann halt einfach das, was man sich erwartet hatte. Die hatten einfach ein Brawl, die haben sich für gute acht, neun Minuten gekillt. Und länger haben sie es nicht gezogen, weil halt, wie gesagt, Sami Zayn verletzt war. Der war dann ja danach auch weg mit einer Schulterverletzung und war operiert worden, bla bla bla, Ausfallzeit, keine Ahnung. Und Owens hat ihn halt zum Ende hin mal wieder gekillt, wie wir es beim letzten Takeover gesehen haben. Mit der Gehirnerschütterung, mit dem Stealth von Sami Zayn. Und hier hat er ihnen halt die Apron Powerbomb gegeben und hat ihn immer wieder gekillt mit Powerbombs, bis halt dann Offizielle und William Regal rauskamen. Und William Regal hat dann Owens von Sami Zayn weggezogen, hat dann selber noch eine Kopfnuss kassiert von Kevin Owens, um ihnen noch mehr Heat einzubringen. Und dann wollte er halt schlussendlich Sami Zayn mit einem Stuhl killen. Aber es ist eine unbekannte Musik ertönt und Samoa Joe ist debütiert. Der dann, ohne Kevin Owens anzugreifen, ihn vertrieben hat. Und ja, der war dann damit bei NXT. Die zwei hatten interessanterweise ja nie wirklich ein Match gegeneinander bei NXT, obwohl das hier eigentlich klar angeteast wurde. Was schade ist, hätte ich gern gesehen. Aber trotzdem, das war sehr, 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 sehr cool. Ja, ein Match, so Hintergrund, Geschichte, kann man ja so viel sagen, hast du schon erzählt. Dass Sami Zayn sein Main-Roster-Dubi mehr oder weniger gegeben hat bei der RAW-Ausgabe bei Montreal in einer US Open Challenge von John Cena. In diesem Match hat sich, wie du schon gesagt hast, Sami Zayn sich verletzt. Und ja, das war natürlich scheiße für dieses Match, weil das Match ja dort kommen sollte. Und ja, du hast ja schon gesagt, Sami Zayn war angeschlagen, ist ins Match gegangen. Kevin Owens, der Champion, der ja davor ja debütiert ist bei RAW gegen John Cena im Rahmen einer US Open Challenge. Beziehungsweise er hat die Open Challenge nicht angenommen, er hat einfach nur, ich sag mal, Cena verbal fertig gemacht, ist er debütiert. So ziemlich eins der schnellsten Main-Roster-Debüts, die man bei NXT hatte, weil Owens, wie gesagt, All-Revolution ist er debütiert. Und dann ist er so schnell schon im Main-Roster gekommen, also gerade mal ein halbes Jahr ist er da. Und das Match hat auch stattgefunden, bevor seinem großen Match bei Elimination Chamber. Elimination Chamber war ja am 31. Mai, so ziemlich. Und was man auch noch sagen kann, du hast gesagt, die hatten kein Match, die hatten ein Match. Das war bei der NXT-Ausgabe vom 17. Juni 2015. Dieses Match ist aber in einem No-Contour-Scan, beziehungsweise ich meine sogar in einem Countout. Countout. Die hatten auf jeden Fall kein Takeover-Match, was man sich erwartet hatte, weil Owens hat ja dann den Title gedroppt bei Beast in the East und die nächsten Takeovers waren dann ja Bella gegen Joe. Also, bis ab dem übernächsten. Genau, also erstmal gab es ja Bella gegen Owens. Dann gab es, glaube ich, sogar noch den Dusty Rhodes Tag Team Run, oder? Genau, dann gab es das Tag Team Classic und dann gab es Joe gegen Bella. Stimmt, das war ja dann das NXT-Takeover, wo der Women's Style im Main Event war, wo der NXT-Champion im Tag Team Classic war. Richtig, genau so war das richtig. Also, ich muss auch sagen, das Match kommt häufig schlecht weg. Ich finde aber, was man gemacht hat, fand ich gut. Ich würde das auch nicht komplett als Match werten. Ich würde das so alles in allem so mehr oder weniger in einem Segment werten, sage ich jetzt einfach mal. Weil das Match ist ja nicht in No-Contour-Scan und man konnte nicht mehr machen. Also, mit Samusian hätten wir jetzt kein richtiges technisches Feuerwerk hier ablegen können, weil Samusian einfach verletzt war. Und man hat ja gemerkt, er ist ja auch lange ausgefallen. Und ich meine, er ist sogar zum, ich glaube, Richtung, ich glaube, zum, ja, ich glaube, bei NXT-Takeover-London ist er doch irgendwie aufgetaucht. Da war er wieder da, ist er auch später zum Rumble gekommen und dann gab es ja später auch das Nakamura-Match bei NXT-Takeover, ich weiß nicht, ähm... Äh, Houston? Nicht Houston, wo? War das Houston? Dallas. Dallas, genau, Dallas, richtig. Dallas, ähm, mit dem NXT, also mit dem Nakamura-Match, ähm... Äh, Kevin Owens gegen Sami Zayn bei Unstoppable war am 20.05. und am 10.12. hat er sein nächstes Match gehabt, bei einer Hausshow gegen Finn Balor um den NXT-Title. Ja, aber man hat gemerkt, wie lange er ausgefallen hat, also ziemlich ein halbes Jahr ist er ausgefallen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, da merkt man ja schon, wie schlimm die Verletzung war, trotzdem Respekt an Sami Zayn, dass er es durchgezogen hat, macht auch nicht jeder. Ja, man hat es auch nicht unbedingt gemerkt, dass das jetzt seine Schulter verletzt war oder so. Ich meine, es ist NXT, jeder wusste es, aber man hat es nicht gemerkt und von daher auch dadurch, äh, ja. Ja, gut. Und man muss auch sagen, man hat es auch nicht versucht, so wirklich, also auch anmerken zu lassen, beziehungsweise man hat auch versucht, das nicht wirklich mit einzubinden, dass es sich irgendwie in der Art verschlimmern kann. Und, ja, dann diese Musik, die wir, ich glaube, die ich nur einmal in meinem Leben gehört habe, aber danach nie wieder, weil mittlerweile dann Joe ja einen anderen Theme hat. Ähm, finde ich immer noch ein merkwürdiges Theme, was ich ehrlich gesagt habe. Ähm, ja, Joe kam raus, ja, war ja vor kurzem auch bei TNA, mittlerweile bei WWE und, ja, seine Zeit hat hier so mit begonnen und das war das Debüt. Und schade, wie du schon gesagt hast, dass es Owens gegen Joe nicht bei einem großen Take-Over-Match gab. Ja. Das hätte ich gerne gesehen. Definitiv. Ja, weil ich denke, das wäre schon, das wäre schon ein schönes Match. Ich weiß doch, als das, ähm, vorbei, ich habe schon gedacht, okay, Sami Zayn, der fällt ja eh aus, jetzt macht man Owens gegen, gegen Joe. Und ich habe gesagt, das wäre eigentlich ein geiles Match und da habe ich mir gedacht, ah ne, es geht ja gar nicht, weil, äh, Owens ja bald gegen Bela antreten wird. Wegen dem Number-One-Contenders-Match. Ja. Und so weiter. Da habe ich gedacht, ah, aber vielleicht schon ein Triple-Fat-Match. Also, man hätte Möglichkeiten gemacht, aber ich sage mal, NXT hat jetzt keine schlechten Sachen gemacht, sagen wir es mal ganz nett. Ne, war ja dann trotzdem noch, äh, ja, hat sich positiv entwickelt bis heute. Und zu dem Zeitpunkt kann man auch sagen, war Cameron Owens noch hot. Ja, und Sami Zayn. Ja. Und Samoa Joe. Und Joe. Leider, leider, oh gut, für Owens ging es ja noch für einen kurzen Zeitraum noch steiler mit ihrem Sieg gegen John Cena bei Elimination Chamber, aber die nächsten zwei Events würde ich lieber, die nächsten zwei Pay-Per-Reviews würde ich lieber nicht ansprechen. Ja. Ist ja auch, äh, noch ganz lustig, dass noch ausgerechnet Battleground 2015 ja noch unsere erste Pay-Per-Review war. Ja. Kann man auch ganz nett sagen. Wo dann das Match noch stattgefunden hat. Im Allgemeinen kann man zur Show sagen, war, mh, in Ordnung. War jetzt kein krasses Takeover, ähm, war auf jeden Fall kurzweilig, spaßig auf jeden Fall, weil die Show ging knapp zwei Stunden. Also das ist vollkommen in Ordnung für eine, für eine Wrestling-Show. Die zwei Main-Events waren gut, der Rest, ja nicht, den Rest braucht man nicht gucken, vielleicht in Opener maximal. Aber ansonsten, äh, ja, eine der, äh, NXT-Shows, die man vergessen kann, die jetzt nicht so krass sind in der Geschichte. Bis auf das Women's-Match vielleicht. Ja, ich würde auch sagen, so ein Takeover, was in Ordnung war, was gut, was trotzdem nicht das Schlechteste war, was nicht kacke war, aber trotzdem zufriedenstellend. Und, äh, ja, klare Match-Empfehlung ist auf jeden Fall, Sascha Banks gegen Becky Lynch gucken. Das ist das Match, was ich, ähm, mir auch häufiger angesehen habe. Also ich habe das nicht so, also ich habe das jetzt zum zweiten Mal, sag mal, komplett durchgekommen, aber ich habe das Match schon ein paar Mal gesehen, weil das Match wirklich richtig stark war. Und ich sage mal, ich habe das schon gesagt, gerade für Becky Lynch Karriere sehr, sehr wichtig war, meiner Meinung nach. Und, ja, trotzdem gutes Takeover-Event. Ja. Ja, somit haben wir dann, zumindest auf meinem Kanal, äh, alle Takeovers oder alle NXT-Specials mal besprochen. Ähm, fand ich mal interessant, du hast mir noch gerade so die ersten Shows besprochen, was ich aber sehr interessant fand, vor allem bei diesen ersten Shows, wie NXT so angefangen hat und sich dann, weil wir gerade auch die ganzen Shows ja auch gesehen haben, sich dann auch im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ja. Und, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, so ein kleines, kleine Road. Ähm, ja, freut euch auf NXT Takeover 25. Ich denke mal, da können wir beide mal sprechen, lass uns beide auf, dass sie werden freuen werden und hoffentlich zwei, drei Stunden lang geiles Wrestling erleben werden, hoffentlich. Davon können wir ausgehen. Ja, und dazu wird natürlich, es wird zwar keine Preview kommen, das machen wir eigentlich seltener bei den NXT Shows, da wir, wir gucken jetzt nicht, also klar, wir gucken schon NXT, sag ich jetzt mal, aber jetzt nicht so komplett aktiv. Und da kannst du auch nicht so viel erzählen, wo du sagen kannst, joa, wird geil, das Match. Joa, genau. Und ja, natürlich wird es dazu in der Review kommen, das ist so klar. Äh, wird am 1.6. kommen, zwei, drei Stunden, kann man sich das schön weggucken. Und ich denke mal, wir werden hoffentlich Spaß haben, wenn wir Matches haben, wie Johnny Gargano gegen Adam Cole. Baby. Richtig. Vielleicht kriegen wir ein 6-Sterne-Match, laut Meltzer. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, willst du noch was abschließen, noch was loswerden? Ah, nee. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.